In dem heutigen Video geht es um diese Artikel hier. Das sind im Grunde so Rohrhalter, will ich es mal nennen. Und die gibt es halt in drei verschiedenen Rohrdurchmessern. Die gibt es dann in 35 mm, so wie in meiner Hand hier. Dann gibt es den in 32 mm und einen ganz kleinen in 22 mm Rohrdurchmesser. Was kann man damit machen? Im Grunde kann man damit hier ein Rohr reinstecken, womit man dann das Rohr an so eine Fastenhalterung befestigen kann. Das Sinnvollste beispielsweise wäre jetzt ein Ruder für das Schlauchboot zum Beispiel. Kann man dann hier jetzt festmachen. Hinter mir habe ich auch einen Ruder da und wir wollen jetzt einfach mal diesen Kragen hier dran machen und dann einfach zeigen, dass man das Ganze halt als auch Ruder-Dolle benutzen kann. So, wann kann das sinnvoll sein? Es kann natürlich sinnvoll sein, wenn man jetzt zum Beispiel gar keine Ruder-Dolle hier haben möchte, sondern man benutzt die Paddel sehr, sehr selten und deswegen möchte man die einfach an so eine Fastenhalterung festmachen. Das heißt, normalerweise könnte man dann sein Zubehör hier festmachen, als auch dann seine Paddel. Und wie die ganze Montage funktioniert, zeige ich euch einmal hier. Das ist jetzt hier so eine ganz standardmäßige Paddel. Hier vorne kommt dann der Paddelkopf drauf. So, dann werde ich einmal diesen Kragen hier ein bisschen lockern. Dann kommt der hier oben drauf. Dazu spreize ich das Ganze dann so ein bisschen auseinander hier. So, der Stift hier, der muss natürlich reingedrückt werden. So, okay. Also, jetzt habe ich einmal hier den Kragen dran gemacht. So. Und wenn man jetzt hier an der Schraube wieder festmacht, dann habe ich einfach so etwas wie eine Ruder-Dolle, also wieder so wie so eine Ruder-Dolle, die ich dann hier festmachen kann und dann die Fastenhalterung dazu benutzen kann, um das Ganze dann als Paddelhalter zu verwenden. So, das Ganze ist halt, also mir fehlt noch der Paddelkopf, den stecken wir auch mal rein, dann kann man das besser sehen. So, das wäre jetzt die komplette Ruder, äh, die komplette Paddel. Und, ähm, zu beachten ist Folgendes. Erst einmal ist das 360 Grad drehbar. Hier unten ist halt ein Edelstahlgelenk und es ist halt hier kippbar. Ne, aber das Ganze ist jetzt nicht zur Seite hin abflachbar, so wie das jetzt hier der Fall sein wäre. Also, das heißt, wie gesagt, das ist 360 Grad drehbar und zur Seite hin kippbar. Man kann damit perfekt paddeln, aber wenn man das jetzt hier dran gesteckt lässt, dann hat man halt immer so eine erhöhte Position. Aber dafür ist es ja im Grunde nicht gemacht, es soll ja nicht drinstecken. Äh, die Idee ist einfach dahinter, dass man diese Paddel dann irgendwo hier festmacht, hier sein Zubehör benutzt und nur dann, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie der Motor ausfällt oder ich nur jetzt in Notlage bin und die Paddel benutzen möchte, damit paddeln möchte, dann kann ich das einfach hier abmachen, in die Halterung befestigen und das mit dem Ganzen dann paddeln. Sinnvoll ist das zum Beispiel bei Bellyboot-Fahrern. Die klagen immer meistens darum, dass immer so eine Ruder-Dolle hier verbaut wurde, weil das erstmal Platz wegnimmt, da kann man auch keine anderen Sachen drauf befestigen, das ist unnötig Gewicht und die benutzen das halt in seltensten Fällen und müssen es aber immer trotzdem dabei haben. Also das wäre wirklich eine Option, wo man sagt, man hat sowieso eine Fastenhalterung hier befestigt und da kann ich auch meine Not-Paddel dann immer mitnehmen. So muss keine komplette Ruder-Dolle fest wegklebt werden.